Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Wir haben erfolgreich ein Kristall geklaut, sind vor der Ifrit geflohen und haben zwei Mitglieder bekommen. Moment Wahn, lass mich mal sehen. Das habe ich befürchtet. Noch nie was von Gambit gehört. Naja, mal kurz von Penelo. Pass auf Wahn, Aktionen und die Bedingungen zur Ausführung der Aktionen können über die Gambit individuell modifiziert werden. Mit etwas geschickt bist du einem Gefährten der Retter in Not, aber wirst ihm zu verhängen, wenn du bei den Einstellungen unvorsichtig bist. Mit etwas Grips kannst du deinen Gefährten einen großen Dienst erweisen, wofür ich dich nun in die Geheimnisse der Gambit einweihen werde. Oh je. Im Gambitmenü sind deine Gambit aufgelistet. Ein flinker Bursche. Wie du einer bist, wird die Liste schnell im regulären Menü gefunden haben. Die Funktionsweise der Gambit begründet sich in der von dir bestimmten Kombination von Aktionen und deren Bedingungen. Ich zeige dir wie man es macht. Pass auf, zuerst lege ich die auszuführende Aktion fest. Erleidet einer meiner Leute Schaden, werde ich zum kühlen Helfer in der Not und heile einen Gefährten mit meinen kostbaren Potions. Da ich aber Hate dieser Geschichte bin und nicht die Wohlfahrt, möchte ich nicht bei jedem kleinen Kratzer einen Potion verbrauchen müssen. Deswegen habe ich nun die Aktionsbedingungen auf Gefährten festgelegt, deren TP die 70% Mark ihres Maximalwertes unterschritten haben. Alle aufgelisteten Aktionen können gewählt und von entsprechenden Gefährten ausgeführt werden. Naja, in der Betrachtung der Liste, Kreis macht es wieder weg. Für die Bedingungen wirst du allerdings zur Kasse gebeten werden. In den hierigen Gambit-Läden wirst du einige da stehen können. Nippt links hin dann die Bedingungen. Und auch was solltest du wissen, die Ausführung der Gambit erfolgt nach der eingetragenen Reihenfolge. Die Priorität der auszuführenden Handlung ist an der Zahl am Spaltenanfang zu erkennen. Hier wird der Kampf mit dem Gegner, dem Heilen eines Gefährten vorgezogen. Sinnvoll ist es, heilende und unterstützende Handlungen, offensiven und kämpferischen Handlungen voranzustellen. Die Gambit können außer im Kampfmenü auch hier an- und ausgeschaltet werden. Doch die beste Einstellung nützt dir nichts im Kampf, wenn du die Gambit nicht auch aktiviert hast. Ausgeschaltet sollten sie sein, wenn es für dich keinen anderen Ausweg gibt, als das weiterzusuchen. Es wird einem nicht unbedingt mit Dank quittiert, wenn man der ganzen Gruppe die Flucht vermisst, weil man seine Gambit nicht unter Kontrolle hat. Soweit zum Thema Gambit. Die Einstellung meiner Gambit werde ich wieder rufen. Du kannst sie jederzeit ändern, wenn dir danach ist. Nach viel vor geht das Motto Probieren geht über Studieren. Sobald dir unterschiedliche Gambit-Kombinationen zugänglich sind, probiere sie aus. Lege dich nicht auf eine Sorte Gambit fest, sondern sei kreativ und erfinderisch. Du kriegst zwar einen gegen hitzeempfindlichen Monster in die Augen, sprich den Zauber Feuer und nicht etwa Aqua. Oder heile einen Gefährten, der sich im Zustand Toxin befindet. Nicht ganz einfach, hm, aber macht dir nichts draus. Schlussendlich bin ich der Held dieser Geschichte, nicht wahr? Jip, das ist er. So, dann wollen wir mal... Ich mag Waren nämlich nicht genügend, um ihn den Helden sein zu lassen. Kampfmitglieder. So, Barfjie ist jetzt der Führer. Ich könnte auch Fragen machen, geht auch, ist auch sehr schön. So, jetzt muss ich mir nochmal kurz hier angucken. Genau, Gegner des Gruppenführers. Gegner im Plaguefeld. Ups. Gefährte 70%. Zack, zack. Mieter. Ach so, mach ich das Ganze weg. Ah, cool. Nicht Gefährtenangreifen. Das wär blöd. So, der ist auch an. Ach schon, der ist erstmal nach oben. Der, 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 wer will denn... Hier ist der Hilfe. So, zwei Heiler. Muss noch ganz schön viele Gambits finden. So, alle Heiler. Fertig. So, jetzt noch... Ach, das hab ich vergessen. So, dann kann's jetzt endlich losgehen. Tote Kämpfer. Tote Kämpfer. Hm, ich darf sagen, ich hab meine Kaffee gebrochen. Wenn ein Dungeon uns am Ende der Nacht wartet, dann hätte es besser, eine Veränderung in der Kaffee zu haben. Der Hatergeschichte, also... Muss er gut aussehen. So, hier gibt's bestimmt wieder eine Karte. Genau. Ja, das kann ich öffnen. So, wie geh ich denn hier... Wo muss denn das eigentlich lang? Da nach unten. Okay, dann guck ich erstmal hier hoch. Was hier noch was Spannendes gibt. Ich muss ja jetzt nicht mehr... Ach, machen sie ja alles selber. Ach ja. Ich müsste auch den Gambit anlassen, ich depp. Sonst wird das nix. So, da, 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 da. Guck mal, ob wir was Schönes... ...bekommen hier unten. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dö, 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 dö. Ein Leder-Schild. Ich glaub, den kann ich mal angeben. Der ist ja einhändig unterwegs. Muss ich mal kurz gucken. Jupp, ist besser. Bin zwar nicht oft einhändig unterwegs... ...aber wenn, dann kann ich das ja auch nutzen. Ach, so schön entspannt. Ich muss einfach noch... ...die Gegend laufen. ...und ständig X-Hemmern... ...beziehungsweise Mindfy-A. Ich habe einen Xbox 360-Controller, hab' gerade. So, links oder rechts. So, okay, nach links. Geht's weiter. Hier rechts kann man vielleicht noch alles schönes decken. Ne, das Wasser. So viele Potion, Mensch. Was soll ich denn damit? So, keine Gegner hier. Ist ja komisch. Oh, ne Kröte. Oder? Ja, Kröte. Kröte, Kröte, Kröte. Die schläft sogar. Aber ich muss ja vorbei. ...ein Horn erhalten. Ausbeschätzt ist keiner, der es meeft. Scheint eine gute Kanalisation zu sein. So, die Lizenz-Pump, die nehme ich natürlich sehr gerne mit. So, ich muss ja unten lang. So, dass die Kleidung nicht komplett nass wird. Augen drauf. Oh ja, Heilmitte nehme ich gerne. Bin ich zaubermäßig noch ein bisschen schwach ausgestattet. Und hab' je keine Gambits. Noch nicht. Noch nicht. Nichts... Interesse. So, ein Speicherdingelchen. Ja, ich speichere mal. Ne, das war halt der letzte. So. Falls die Technik abbraucht oder so. Das hatte ich zwischendrin auch mal. Das war voll blöd. So, als ich meine Farm-Ork hier gemacht habe. Ui, der mutige Mann. Und stark ist er auch. Uiuiui. Ach, Quatsch. Ich sehe keine Probleme. Uiuiui. Da zaubert jemand. Uiuiui. Zwei Lizenzpunkte pro. Uiuiui. Ordentlich. Ich bin Vaughn. Und das ist Balthier. Und, hey! Was ist dein Name? Amalia. Amalia, huh? Nice to meet you. There were others with me. I'm sorry. No. Huh? Huh? Oh, now isn't that impressive? Don't get any ideas. I said it's mine. I'm afraid the jury's still out on that one. You stole that? Yeah. Have you finished? When the guards don't report in, they'll come looking for us. If they aren't already. You should come with us. Better than being by yourself. Very well. Very well. What's wrong with her? You have a lot to learn before we even get started on your thievery. What's that mean? Man hat keine Ahnung von Frauen. Woher auch. Sooo. The situation requires I accept such help as I find. Though it be from thieves. I shall accompany you until we find my companions. No longer. Let's think of her as a guest then. Unlike Fran or myself, our guest probably won't be taking orders from anyone anytime soon. And she'll leave when she pleases. So we keep to our affairs and she to hers. I doubt we'll find her wanting in valor, being such an upstanding member of the insurgents. Resistance. Well, what are we waiting for? Well, what are we waiting for? Vielleicht geht es dir auch. Dort. Wenn ihr jetzt komisch guckt, guckt euch an, wie kurz der Rock ist. Bei Fran sieht man ja eh den Po. Keine Ahnung, was wir hier entweder dabei gedacht haben. Oh, was ist da? Noch ein Lederschild. Tja, die kann ich aber leider nicht gebrauchen. Sieht so groß aus. Hier muss ein großer Kampf stattfinden. Mann, das kann es gar nicht sein. Oh, von oben auch noch. Oh Mann. Schleim. Aber ich muss ja nichts machen. Voll praktisch. Wie schön schnell das geht. Und da zerschmilzt der Schleim. Oder zerkocht. Und fließt ab. Großartig. Also wenigstens eine Möglichkeit. die Kampf-Gewinn-Melodie abzuspielen. Und alle Charaktere hübsch darzustellen. Jeder mit eigener Pose. Sooo. Da ist noch eine Kiste. Oder Droh. Oder keine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Ein Schatz. Ein Dolch. Ach, wie niedlich. Ich glaube, wenn man das normal spielt, ist das ja schon gar nicht so schlecht. Das macht ja nicht jeder wie ich vorher alles ein. Und brennt dann gemütlich durch. Ein Rohzahn. Den kann man irgendwie einsetzen, um Magieschaden zu machen. Rot ist ja in dem Fall dann Feuer. Wenn man sich direkt verkranken. Gründen fallen von irgendwo runter. Geister tauchen einfach auf. Mensch. Aber man merkt teilweise doch wirklich sehr, dass das Team von Warground Story hier entwickelt hat. Ich bin schon mal richtig. Ja. Sollte man ja vielleicht aber schon mal kontrollieren. Na, ich gehe ja unten lang. Auch noch ein paar Lizenzpunkte. Für die ganzen Optionen. Es sind ja schöne Sachen dabei. Immer ein Geist. Hm. Bei den Optionen ist zum Beispiel dabei. TP plus. Magie plus. Stärke plus. MP Auffüllung. Unter bestimmten Bedingungen. Schon praktisch. So, ich bin blind. Was macht man da? Nach Weißmagie genau. So. Mal zum Glück fleißig einkaufen. So. Gib ich auch sowas. So. Was ganz cooles bei diesen Optionen ist auch, ja. Wie schnell sich dieser Aktionsbalken aufführt ist auch dabei. Kann man irgendwie 30% schneller machen. Sehr nützlich. Hab jetzt bei 1, 3, 10% mehr. Kostet halt auch recht viel Lizenzpunkte. So. Mieter speichern. Wie gesagt, ich vertraue der Technik nicht. Ist einfach ein bisschen zu problematisch mit Immunatoren. Ich brauche irgendwann mal Geld für Capture Card und alles. Die Endklär-Sektion. Unseren Speicherpunkt an so einer Stelle lässt ja nichts Gutes vermuten. Kennt man ja. Was wir in anderen Spielen. Ist doch neblig. Mein Feuerball. Der fliegt. Und sich in ein Pferd verwandeln kann. Ist ja cool. Und das Pferd ist normalerweise nicht... ...ungefährlich. Wie euch vielleicht denken können, wenn ihr jetzt das hier so seht. Mit Toxinen und allem. Das ist schon... ...fies. Aber... ...ja. Wird erst später. Schwierig für mich. Und es fliegt einfach weg. Oder sowas. Dann sehe ich es ja vielleicht irgendwann nochmal wieder. Wer weiß. Dann war's. Und jetzt ist es die Zeit. Ich hoffe, ich werde es kommen. Ich hoffe, ich werde es kommen. Ich wusste nicht, was er ist. Du musst ihn gehen, du musst ihn gehen. Penelo. Sorry. Das Essener muss ich warten. Ich habe gesagt. Das ist genug. Lass ihn mit ihm. Hold on to this for me, would you? Just until I bring Vaan back. On your feet. You are here. All right, all right. Giddy, aren't we? It's Balthier, my brother. What does that philanderer think he's doing? I was to kill Balthier, not those adulbated Imperials. Ach ja. Jetzt bin ich gefangen genommen. Mal gucken. Was für ein lustiges Gefängnis ich gesteckt werde. Oder was noch so zwischendrin kommt. I brought you some of those flowers you like. Galbana lilies. Remember? You always said how they smelled nice. And how pretty they were. Remember? The king. Did you? Were you really a part of it? Even if... Even if you were... Captain Bosh must have tricked you into it. I'm a Vaan. Oh, he feared on the textual. He's giant. You're awake. Where are we? Prison. Where else? More a dungeon, but it's really all the same. Relax. It's just a corpse. Jump at every little thing down here and you'll wear yourself out. It's not even a proper dungeon. They just sealed off the bottom level of the fortress. Take a look around. We're not the first they've thrown down here. Where's Fran? She's off trying to find us a way out. Remember what Curiosity killed? Just a friendly word of advice. This is all the water we've got. I'd save your strength, if I were you. That Snibeena fell. Please. Ganz schön groß. So. Und meine Uhrzeitmessung sagt mir, dass diese Folge auch schon vorbei ist. Was sagen, gehe ich jetzt zu diesem tollen Speicherpunkt hier? Zack. Ja, ja. Kann ich weiter erforschen werden. Ich habe ganz viele Speicherstände. Das passt schon. Dann runter als immer noch zurück. So. Ja. Mit der Flucht aus dem Verlies geht es dann in der nächsten Folge weit. Weiter. Habe gerade auch sogar vergessen, wie genau das vonstatten geht. Also das ist schön. Ist auch noch eine Überraschung für mich. Was genau alles passiert. Und ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.